Und damit, damit, herzlich willkommen zu Führnüsse Folge 61. Wir wollen uns dieses Mal bitte einen, ich bin Klaus, wir wollen einen störfreien Podcast haben, also macht bitte eure Handys aus. Achso, ja. Nicht wir, Zuhörer. Ja, Führnüsse bitte, wir haben uns gerade schon ein bisschen warm aufgeregt, das ist immer unser Aufwärmprogramm hier in so eine Rage-Therapie zu gehen. Das Schlimme ist, danach hat man nicht so das Gefühl, danke, das mal von der Seele zu sprechen, sondern cool, meine Arterien sind verengt, los geht's. Können wir aber auch dringend gebrauchen, weil wir uns beide schön Rücken und Nacken und Schultern kaputt gemacht haben. Ich muss ja sagen, ich bin jetzt echt, also ich kann mich wieder bewegen, ich kann nicht in maximale Rotationen meines Halses gehen, aber ich kann jetzt diese perverse schräge Haltung, die ich gerade habe, einnehmen, ohne voll in Schmerzen zu zerlaufen. Und Klaus hat mich wie eine Schaufensterpuppe begrüßt. Ich bin noch ein bisschen eingeschränkt, was die Mobilität des Kopfes angeht. Sie hängen ja gar nicht mehr bis zum Knie. Muss ich auch nicht, dabei habe ich Leute. Was machst du, wenn du auf den Klo gehst? Fertig! Nee, du legst dir das Klopapier auf den Boden, setzt dich dann rauf und robbst wie ein Hund durchs Badezimmer. In der Hoffnung, dass es da bleibt. Also ich würde sagen, du machst es einfach zusammen mit Duschen. Ich glaube, das kriegst du. Ich würde halt einfach nur das Flusensieb vorher entfernen und dann grob den Strahl härter einstellen. Ja, es ist also auch, ich habe so ein bisschen verspannt oder gezerrt, ist ja nicht ganz so leicht zu sagen aus der Eigendiagnose. Das ist ja eh immer das Beste. Google doch immer deine Symptome. Nee, aber ich meine, also verspannt kennt man ja, aber diesmal ist es halt entweder sehr schlimm verspannt oder halt wirklich ein bisschen gezerrt. Das klingt sehr professionell. Sie haben sich sehr schlimm verspannt. Und ich spritze ihnen direkt Ibuprofen in die Augen. Und gestern und heute hatte ich ja noch drei Theatershows, was auch immer super ist. Ja, du hast ja erzählt, das Schönste ist das Umziehen. Ja, also schnell in ein T-Shirt reinkommt. Ich hoffe, du hast einen Zebra-Kopf, die ganz normale Business-Hose und einen Saber-Rider-Pulli an. Dann hast du halt alles kombiniert. Geil, ein Saber-Rider-Pulli. Würde ich gleich mal nachher auf Redbubble schauen, ob es irgendwelche Saber-Rider-Fanartikel gibt. Bestimmt. Wenn ich hier alleine deine... Kommt hier mal rein, dann sieht man mal irgendwelche Haare, die nicht deine sind. Das wird total gruselig. In rauen Mengen, sage ich jetzt mal. Ja, ich mache jetzt den neuen Werbespot für den Flowbee hier. Sparen Sie Zeit und Geld mit dem Flowbee. Hast du hier gerade so eine Sneaker-Collection beworben oder warum hast du jetzt so lässig deine Schuhe? Ich war mir nicht sicher, welche ich heute Morgen anziehen sollte, die wärmeren oder die einfachen Sneaker. Naja, für deine Mobilität würde ich sagen, da wo du reinschlüpfen kannst, ohne dich zu bücken. So die Adiletten, würde ich sagen, sind deine Schuhe jetzt egal. So Adiletten mit diesen Massagen-Noppen? Das hat aber schon was. Ja, zumal zwischen den Noppen wird ja auch regelmäßig gereinigt. Das haben ja manchmal so die alten Herren so... Genau. Und glauben ja dann, wenn der Fuß mit dem kompletten Körperkörper draufdrückt, dass sich automatisch der Schuh reinigt. Du klopfst die doch ab damit. Ja. Und sich dann wundern, dass dann so viele Hautstückchen dazwischen hängen nach 15 Jahren, dass das Ding riecht wie so ein richtig teurer Käse. Kein Sinn für Industrieromantik, der Dirk heute. Wieso? Was hat das mit Industrie? Alte Adiletten gibt es heute im Ausverkauf in der Kantine der Volke A7. Ah, das stimmt. Mit jedem Köttbullar ein umsonst. Schöttbullar. Schöttbullar, einer Adilette. Ist das eigentlich geschützte Berufsbezeichnung? Geschützte, ja, Schöttbullar. Geschützte, äh, äh... Nee, ich glaube, es ist einfach nur Schwedisch für zwei Fleischbällchen. Gehacktes mit Fuß. Ja. Mit extra Schnäbeln und Klauner, aus welchem Tier auch immer Schöttbullar, ursprünglich gemacht sind. So wie so eine gute Zervalatwurst. 89 Cent. Mindestens 20 Prozent Fleischanteil. Ja, aber mehr willst du doch gar nicht. Da sind wir mit unserer vegetarischen Wurst nur 20 Prozent entfernt. Ja. Lippe, Augenlider. Das Premium-Material vom Tier. Ja. So ein bisschen, als ob so eine Kuh küsst, wenn du eine Zervalatwurst isst. Mmh. Drittes Doppelkinn. Alles drin, was der Mensch braucht, um mit 30 Schmerzen in der Brust zu haben. Wir können auch ein bisschen aus der letzten Folge Revue passieren lassen. Ich hab dir jetzt auch Kill Comics, aber ich hab dir jetzt auch Kill or Be Killed mitgegeben. Ja, da bin ich noch nicht so weit gekommen, außer den ersten Dings. Weil ich hatte irgendwie nicht die Ruhe. Da war gestern so ein bisschen Action in der Bahn. Action in der Bahn? Ja, ich hab gestern gelernt, dass ein Hund, der mitgeführt wird, bei der Deutschen Bahn gerechnet wird wie ein alleinreisendes Kind. Und derjenige, der seinen Hund dann mitgeführt hat, der meinte, ja, ich hab doch hier dieses komische Family-Ticket. Nein, nein, nein. Hier haben sie versucht, den Hund zu sehen, wie ein Kind das mit der Familie reist, weil das würde dann in ihrer Option umsonst mitreisen. Ja, und das ist falsch. Ja, dieser Hund müsste gerechnet werden wie ein Kind, was alleine reist. Aber reist du ja nicht alleine. Ist ja auch nicht ihr Kind. Wie viele Kinder reisen denn alleine mit der Bahn? Tja, das weiß ich jetzt nicht genau. Er meinte halt aber, die Option Hund ist online-technisch noch nicht so ausgereift. Die kann man nur am Schalter oder am Automaten. Natürlich, ist ja auch schwierig zu machen, das im HTML-Formular einen Hund abzubilden. Das war so köstlich, dieses Gespräch. Ich meine, aber auch diese Option des alleinreisenden Kindes irgendwie finde ich halt auch total gruselig. Oder die Vorstellung. Ich meine, ich kann mir das, im Flughafen ist ja wohl schon noch eine andere Sache, weil du dann halt ja meist wenige Zwischenstops hast und weißt halt von wegen, okay, hier Hapag Lloyd und du hast dann halt so einen Kids-Operator oder sowas. Und die Kinder fliegen halt da an, wo es sicher ist, direkt in den Vatikan-Staat. Genau. Und dann werden sie halt ab Flughafen direkt dann von Nanny 14 oder sowas abgeholt. Bloß wenn du halt im ICE oder denkst, Alter, und dann halt auch so, weiß ich nicht, fand ich komisch. Aber das Gespräch war sehr süß. So, wie der dann halt richtig sachlich, also das war Comedy, fand ich, weil der hat vom Timing und von der Art, weil er halt total bierernst erklärt hat, von wegen, dass sein Hund ein alleinreisendes Kind rechnerisch für die deutsche Bahn ist. Und der Typ die ganze Zeit drauf gestiegen ist, auf den Zug und meinte dann halt, naja, aber ich bin noch mit ihm dabei. Und das fände ich total geil. Das fände ich voll gut. Und dann meinte er zum Schluss dann noch so, der hat ja gar keinen Maulkorb. Und dachte ich, jetzt ist aber der Polen offen. Also, das war eigentlich ganz geil. Wie viele alleinreisende Kinder müssen denn einen Maulkorb tragen? Ich denke mal, wenn sie in Begleitung ihres Hundes sind, dann nicht so viele. Alleinreisendes Kind. Ja. Was wolltest du jetzt nochmal sagen? Ich dachte, das ist, um so eine Brücke zur letzten Folge zu schlagen und dann mit der nächsten, mit der thematischen Brücke. Musst du auf Pott, du hältst deinen Bauch so, als ob du magst. Ich lehne mich nur ein bisschen so, dass ich meinen Hals entspannen kann. Achso. Ich bin jetzt auf den Bauch aufgestützt, so auf Bauch und Brust und der Kopf kann so ein bisschen. Ansonsten muss ich den Kopf frei halten. Dann müsstest du eigentlich so einen Gehstock haben mit einem alten Fritzgriff. Dann kannst du schön dein Kinn auflegen. Oh ja. So was. Ja. Wie so eine Katze, die dir zuhört. Oh ja. Es ist ein bisschen ein ganz schlimmes Hände oben auf den Kopf legen und den Kopf einfach so ein bisschen den Kinn auf die Brust fallen lassen. Das ist eine. Das ist der Ultraschmerz. Ja. Das ist eine Übung, die man gerne macht. Also bei mir ist echt so bis hier, ich würde sagen, also 15 Grad kann ich oder was und dann ist Feierabend. Bei mir, also es geht schon echt besser als die letzten Tage, aber es ist immer noch. Wärme. Viel Wärme. Ja, ja, ja. Ich war gestern kurz davon, Bar zu nehmen. Und ich dachte, blech. Das ist doch nicht der Erste. Im dritten Jahr des Zopeidon. Naja, ich dachte thematisch, komm mal wieder zu einem Thema, wo ich tiefes Insiderwissen habe und du uns erklären kannst, wie du dich erinnerst. Irgendwelche Kameraeinstellungen oder so. Genau. Welche Insos-Zahlen sollte man nehmen bei einer? Wo ist denn dein Fahrrad immer noch so ein Projekt? Ja, doch. Meinst du, ich hatte jetzt mit dem Nacken Lust, das zu machen die letzten Tage? Du Nacken. Also das heißt, du hast den Schlauch oder den Mantel? Ja, es ist jetzt alles da. Das ist auch so ein unkaputtbarer Mantel und nicht so von wegen... Ja, es ist ein unkaputtbarer Mantel und nicht so... Übrigens, mal an die Fahrradhersteller Schwalbe und ihre scheiß Reifen. Schwalbe macht niemals Kondome. Also unglaublich. Naja, außer für den Vatikan wahrscheinlich. Ja, alter Finne, ey. Die Reifen sind so fickelig und fragil. Fickelig? Naja, aber jetzt habe ich alles da, jetzt wird das alles ausgetauscht und dann wird alles gut, das weiß ich. Kannst du das nicht den Handwerker im Innenhof übergeben? Nee, die haben ihre eigenen Probleme. Die haben aber wirklich Probleme. Denen des Übergebens, du siehst die doch jeden Tag. Ich frage mich, was die machen. Die haben heute ganz viel Schutt von oben runtergehalten, als ob die irgendwie, weiß ich nicht, das, was sie gebaut haben, nochmal entkernt haben. Ja, das hatten wir schon häufiger. Das wurde ja gebaut, das ist ja kein Rückbau oder das ist ja irgendwie eine Renovierung, sondern die haben das draufgestellt, von Anfang an nach Plan und jetzt tragen die gerade alles raus, was drinnen nicht statisch irgendwie zu vernutzen ist. Geil fand ich halt neulich so durchgeweichte Pressspanplatten. Also so durchgeweicht, richtig so schmutzig. Schmutzig. So vergilbt. Wo ich dachte, wo waren die denn? Die habt ihr doch da vor einem Jahr reingesetzt. Ja gut, die hatten jetzt auch noch nicht das Dach isoliert und so. Oder abgedeckt. Vielleicht ist es auch einfach der ganze Boden, den sie jetzt nochmal rausnehmen. Ja. Na, heute habe ich Leute so mit Bodenverschnittstücken gesehen. Ich finde das ja eh geil, dass sie jetzt die Glasscheiben schon einsetzen für den Aufzugsschacht und du gesagt hast, dass der irgendwer meint von, ne, hier wird kein Aufzug gebaut, die Dübelbohrungen sind halt einfach nicht tief genug. Und dann habe ich eigentlich daran gedacht, erinnerte mich so ein bisschen an dieses Gespräch mit dem Statiker damals in der Lampe, der gesagt hat, das ist alles unsicher. Neuer Statiker, wunderbar. Und das ist wahrscheinlich jetzt eher auch Statiker, Schmatiker und Co., den sie jetzt eingestellt haben, der gesagt hat, wunderbar, Glas, alles sichtbar. Und jetzt, naja. Ja, das Glas kann das dann halten. Das hat nämlich die Aufzugfirma nicht mitgerechnet, dass das Glas den Aufzug hält in der Wand. Bisschen Schiss, dass dieser Alurahmen sich in der Hitze jetzt so ein bisschen... Ja, aber wenn es fällt, reicht es nicht bis zu dir und ich hoffe, dass es auch nicht bei mir jetzt direkt ins Fenster stürzt. Es geht schon. Gestern haben sie schon irgendwie das Gegengewicht vom Aufzug getestet. Getestet? Ob es schwer genug ist? Harry! Das kriegt ja eine Führung. Und gestern haben sie das erstmal irgendwie da oben, keine Ahnung, über so eine Winde immer rauf und runter fahren lassen. Und dann hast du halt gesehen, dass die Führung hat, wenn ich war. Und dann hat sich das immer so ein bisschen gedreht. Da habe ich gedacht, jetzt ziehen die aber gleich den Putz von der Wand. Weil die immer so... Und dann stopp, Dieter, stopp! Ah, guck mal, da nimmt auch einer schon den neuen Aufzug. Ey, wie das Ding alleine fährt, dem würde ich schon nicht... Das ist ja noch zwei Etagen höher als im Ursprung. Das geht ja jetzt über die Spitze, die sie da haben, noch hinaus. Und das ist, wenn das ganz oben ist, hei, 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 das hat richtig Bewegung. Ich weiß auch echt nicht, ob die das überhaupt hätten gedurft haben. Gedurft haben. Na, ich glaube, hier hätte niemand was gedurft haben. Also, so wie die ganzen einzelnen... Das Geile ist, es sind ja auch so gefühlte sieben Firmen, die alle mal ran dürfen. Ja, vor allem die, die jetzt hier oben die statischen Sachen machen, die haben auch die Fassade gestrichen. Die Jungs aus Polen. Die sind alle ganz nett, aber... Mit Statikfarbe. Tja, ich würde ihnen nicht dabei vertrauen, ein Ikea-Regal zusammenzusetzen. Vielleicht ist es ja wirklich so eine Farbe, die das Mauerwerk noch ein bisschen besser zusammenhält und somit eine höhere Statik dem Gummiaufzug da bietet. Oder vielleicht ist es genau so, dass dieser Aufzug gar nicht so fest im Mauerwerk drin sein darf, sondern der muss sich bewegen können. Ich hatte auch, ich weiß nicht, ob das immer noch gilt oder ob das mal nur vor ein paar Jahren, bis vor ein paar Jahren die Fassade war, dass ein Aufzug auch einen Zwischenstopp braucht. Pfff, ja, hier ist einmal unten und einmal oben. Ah, dumm von mir. Ja, für einen Notausstieg oder so, der, so wie der Auszug hier gebaut ist, durchaus notwendig werden könnte. Ah, geht schon. Also ich bin mal auf einem Aufzugsschacht mitgefahren. Da bin ich damals mit so einem Aufzugswerter rumgefahren von Thyssen. Und Thyssen-Krupp baut ja, glaube ich, Unmengen von Aufzügen in Deutschland. Und da hat er mich nur ein bisschen entspannt, weil er meint halt diese ganzen, in den ganzen Filmen, Aufzugstütz ab, die Seile reißen, bla bla bla, Stromausfall. Dass halt an jedem, auf jeden Fall deutschen Aufzug, gibt es halt so einen metallischen Bremsbacken, die halt einfach nur, einfach physisch dann halt arbeiten und unabhängig von Strom oder nicht. Und deswegen kann die halt einfach nicht abstützen, sondern die können sich verkeilen. Und das ist eine richtig blöde Sache, wenn das ist, also für den Rückbau quasi. Aber es kann halt nichts irgendwie. Ja, das ist ja alles schön und gut. Also erstens glaube ich nicht, dass der Aufzug hier in Deutschland gefertigt wird. Und zweitens, selbst wenn hier 30 Stunden Stromausfall ist, dann wäre ein Zwischenausstieg. Unabhängig vom TÜV muss dieser Aufzug ja abgenommen werden. Also nicht unabhängig, sondern vom TÜV abgenommen werden. Naja, aber das Geile ist ja, wenn das, ich könnte mir vorstellen, dass es hat eine andere Richtlinie, vielleicht, das ist vielleicht der Grund. Und wenn die sagen, das ist nur für oben und das ist dann quasi ein privater Aufzug, dann muss der erstmal wesentlich weniger tragen. Weil du sagst von wegen, ja, Maximalgewicht sind, keine Ahnung, drei Personen oder 150 Kilo oder sowas. Und naja, also ich meine so, der Personenaufzug bei uns. Hundert, da hätten wir ja schon Probleme mit. Aber ich glaube, der Personenaufzug bei uns muss 350 Kilo tragen können. Und ich glaube, das kannst du bei dem hier voll knicken. Aber du kannst dann auch sagen, naja, den bauen wir aber auch so, dass reiche Menschen sich zu zweit schon beengt fühlen. Ja gut, aber reiche Menschen fühlen sich auch nach 100 Quadratmeter Wohnungen zu zweit schon beengt. Ist eigentlich die 127 Quadratmeter noch frei für halbe Million? Weiß ich nicht. Ich habe da jetzt kein Licht brennen sehen gestern Nacht. Ach, scheiße. Das sehe ich zum Beispiel auch gerade. Das finde ich nämlich, das ist immer so ein Zeichen von Abschluss, wenn die Fenster geputzt werden, so wie heute. Weil bei dem ganzen Trockenbauscheiß mömmt das ja alles zu. Deswegen habe ich gedacht, Jungs, wenn ihr nicht ganz blöd seid und jetzt schon oben anfangt, die Scheiben zu putzen. Und heute haben sie ja alles rausgenommen, den ganzen Shot, dann sind die mehr oder weniger schon fertig. Wie fing der Satz an? Wenn ihr nicht ganz blöd seid. Naja. Naja, die werden ja schon mal was gebaut haben zu Hause aus Lego oder so. Oder Playmobil zumindest mal Sachen aufgestellt. Ja. Das eher. Ich habe mich eh gefragt, dass die hatten einen fixen Plan des Aufzugs, somit auch des Aufzugschachtes. Warum haben die nicht dann diesen Plan dann halt auch der Firma gegeben, die diese fetten Glasscheiben halt dann irgendwie zuschneidet. Ja. Dass sie nicht sagen von denen, ey, ihr müsst uns jetzt nicht irgendwie viermal vier Meter Platten schicken oder viermal vier Meter Gläser. Sondern ihr könnt die Glasscheiben bitte halt nach diesem Plan zuschneiden. Dann brauchen wir die nur noch einhängen. Und hier nicht irgendwie auf dem Bau, über dem Knie, auf so einer alten Holzbohle mit einer Flex und ein bisschen Wasser versuchen zu schneiden. Haben die zugeschnitten? Die haben die hier zugeschnitten. Echt? Die hatten halt große Dinger. Und dann zum Beispiel unten ist ja nur so ein rechteckiges. Ja, ja. Was soll denn der Scheiß? Das habe ich verpasst, wie die zugeschnitten wurden. Die haben sie auf dem Dach zugeschnitten oder draußen zugeschnitten. Ich weiß nicht. Das heißt wahrscheinlich, irgendwer hat die Sache, ich denke mal, die haben die... Vielleicht waren die billiger so. Das ist ja wie Brot. Geschnitten kostet es ja viel mehr. Ich würde mich nicht wundern, wenn die sagen, naja, komm, das ist ja wie eine Fugenschneidermaschine. Bloß wir müssen halt mehrfach mit dem Diamantschneider rüberziehen und dann übers Knie brechen. Wo immer man sagt, das Sicherheitsglas, das könnt ihr nicht so schneiden. Achim, hol die Flex. Das könnte splittern. Holen noch einmal Wasser. Das könnte splittern. Holen einmal Wasser und eine Sicherheitsbrille. Ich habe keine Sicherheitsbrille. Dann halt die halt eine Hand vors Auge. Meine Güte. Blindzellschneller. Muss man hier alles selber machen. Heute hatte ich hier ein bisschen Schiss, weil sie den Aufzug, diesen Lastenaufzug gefüllt haben. Einfach nur roh mit irgendwie Schutteimern und großen Platten. Ach, haben sie wieder Schutt nach oben gebracht, weil zu wenig Schutt da war. Nee, nach unten. Und dann war das halt so voll und dass unten immer so ein Arbeiter, so eine arme Kraft war und wusste halt nicht, wie er das komplett... Er konnte die Seitentür nicht öffnen, weil die halt da auch losen Schutt reingeschmissen haben. Somit fiel dann alles in den Innenhof. Dann versuchte er irgendwelche großen Bohlen und Dings da rauszuziehen. Und dann ging das halt auch nicht. Und dann hat er gewartet, bis ein Kollege in den Innenhof kam und haben sie beide dran gezogen. Toll. Sicherheitsmethode. Ja. Gott, die alle. Die ganze... Aber die, die jetzt arbeiten, die sind so, wenn der Aufzug runterkommt und hochfährt, dann gehen alle im Innenhof ganz weit weg vom Aufzug. Stehen immer im Türrahmen und schauen so, dass sie sehen würden, wenn was fällt und gehen dann rein. Ja, die wissen schon warum. Also wie gesagt, diese polnische Crew, die ist auch aufgebaut. Nee, die haben es nicht aufgebaut. Es gibt so eine deutsche Gerüstbauerfirma, die es aufgebaut hat, die so aus drei Pappnasen besteht. Von denen einer immer mit seinem BMX-Rad hier Wheelies im Innenhof gemacht hat. Hä? Hier im Innenhof? Ja, der rast hier, der parkt sein Rad hinten und fährt dann mit dem Rad einmal durch den Innenhof und durch die beiden Hausflore. Aber es ist doch gar nichts. Ja, ach, was? Soll er hier auf... Wir haben doch jetzt eine Wendestraße, Wendeplatz. Wir haben doch quasi eine verkehrsberuhigte Straße. Ist das schon? Was heißt ist schon? Ist ja schon die ganze Zeit geschlossen. Ach stimmt, ja klar, du wolltest wegen der Sperrung, ja. Genau, deswegen kannst du hier ein bisschen... Das ist aber auch das Geile. Irgendwie vergessen das viele oder ist scheißegal. Ja, ja, scheißegal. Ja, ja, das ist... Ich habe wieder Adresse mit Klingelnummern gesagt. Ach, und dann hast du über unser Bankkonto geredet und die PIN-Nummern erzählt. 1437. Ach, verdammt! Ach, Mann! Ach, egal. 1498. Jetzt seid ihr verwirrt. Jedenfalls wollte ich nur sagen, dass die immer total heizen, wenn sie in die Straße reinfahren. Ja, aber wenn du schnell genug bist, kommst du auch durch, durch die Baustelle. Oh, Mann, ey. Das ist alles eine Frage der Relativität. Naja, Dirk, kommen wir mal zur Frage heute. Ich habe auch nicht so ewig viel Zeit. Du musst noch eingerenkt werden. So. Ich muss mich noch auf eine Massagematte legen und dann noch ein bisschen arbeiten. Klee-Pistole. Ja, ist Dortmunds, aber ja. Ach so, weil sonst hätte ich ja mal einen leihen können, aber die sieht auch gut aus. Ja, die ist doch ein bisschen feiner wahrscheinlich als deine. Nee, sieht genauso aus. Nee, echt? Da hast du einen größeren. Wie dem auch sein mag. 10 Euro so ein Ding mit 40.000 Aufkleberpistolen. Ja, da liegen die alle. Das war Heißklebetalk für die Woche. Dirk, am 14. April. Ist Valentinstag. Ja. Valentinstag 2. The Movie. Back in the Habit. Geht eine popkulturelle Serie, die in den letzten Jahren zum Phänomen geworden ist, in die letzte Staffel. Future Man. Ja. Nun, wir haben sie beide gesehen. Einer von uns erinnert sich an ein bisschen mehr als der andere. Ich will nicht spoilern, aber... Scrubs. Dirk. Nee, nee. Noch aktuell, ab 14. April, in sechs Folgen sind es, glaube ich, die letzte Staffel, wird sich herausstellen, wer am Ende auf dem eisernen Thron sitzt. Ach du meine Güte. Dirk, willst du uns mal vielleicht die letzten sieben Staffeln zusammenfassen, wie du dich daran erinnerst? Ich dachte, du hättest eine Frage. Ja, wer sitzt am Ende auf dem eisernen Thron? Ach so. Ach, darum geht es ja. Stimmt. Spiel der Tröne. Ja, bitte? Ja, dann willst du... Also, du willst die ganze Geschichte... Oder wo wir am Ende der siebten Staffel waren, du kannst irgendwas aussuchen. Also, es fing an mit den White Walkern. Das ist, glaube ich, die erste Staffel, erste Folge, das im Wald... Also, sogar chronologisch eine Folge zur Folge. Ja, finde ich gut, ja. Hallo, ich weiß ja alles. Und dann wurde Joffrey vergiftet. Und davor gab es noch seinen Stiefvater, der bei Herr der Ringe Frodo beschützt hat. Was? Da gab es noch diesen Typen, der im ersten Herr der Ringe Teil so geil auf den Ring war. Und dann hat er noch die Jungs beschützt. Und das war noch der, der den König gespielt hat von Mittelerde in Game of Thrones. Wie heißt es nochmal? Die Männer der Mauer. Sean Bean meinst du? Ice Wall Man. Genau, die Ice Wall Man. Sean Bean, genau. Und der hat doch herausgefunden in dem Buch seiner Vorfahren, der Ahnen, dass Joffrey gar nicht hätte blond und wahnsinnig dumm sein dürfen, weil Farbe und Statur und sowas passte halt nicht. Und das konnte halt nur sein, weil Chelsea, die Frau, die dann die Haare kurz geschnitten hat, wegen Schande, mit ihrem eigenen Bogenschützenbruder, der den Typen mit den Locken, der so aussieht wie du, Mr. Ghostface Killer, vom Balkon geschmissen hat, der seitdem im Araben mit drei Augen sieht und den Hold the Door als mobile Krücke eingesetzt hat und die Wolfslady, die mit ihrem Körper und Verstand sie zum südlichen Orakel gebracht haben. Das war jetzt nur einer von vier Familien, die ich jetzt gerade zusammengefasst habe. Eine. Ist das richtig? Parallel ist Folgendes passiert. Die Blonde, die eigentlich im fünften Teil von Terminator gar nicht blond ist, und hat perückentechnisch ... Die ist auch in Wirklichkeit nicht blond. Sag ich doch. Den samuanischen Captain Water ... Ist das eine Rolle bei Baywatch Hawaii? Ja. ... als Mann gehabt, der Kargo hieß, oder Kali, weiß ich nicht mehr genau, und hat dabei drei Dracheneier geboren. Und dann ist sie die ... Er ist umgekommen, weil er eine Laktose ... Also weil er es nicht vertragen hat, was da ... Und sie hatte so einen blöden, blonden Bruder, diesen, der mit dem Prinz-Eisenherz-Frisur, und der wurde von dem großen Kalamari ... Kalamari. Genau, dem großen Kalamari, genau, wurde mit Blut übergossen, nein, mit Gold übergossen, weil er gesagt hat, von wegen, wo ist meine Bezahlung? Ich will für meine Schwester Geld, Gold, ich will Reichtum haben. A crown for a king. Genau. Und da hat er die dann gekriegt, seine Krone, und ist da daran zugrunde gegangen. Ja, der große, böse, biertrinkende Typ ist halt dann leider verstorben. Und Khaleesi ist dann die Mutter der Drachen geworden und hat somit das ganze südliche Dings da aufgedöselt und hat da ziemlich viel hinterlassen. Parallel ist da noch so ein Typ gewesen, der aussätzig eigentlich von der Joffre-Bande war, und der hat dann Ausschlag gekriegt, weil er wahrscheinlich so lange nicht mehr zu Hause war und das Wetter nicht vertragen hat. Und der war auch verbannt, irgendwie. Ja, habe ich noch irgendwas vergessen? Nee, das war es grob. So ein bisschen wie jemand, der ein Referat darüber halten muss in der Schule und vorher den Wikipedia-Artikel überflogen hat. Ja, genau. Also es leben ja nicht mehr so viele, ich kann mal verraten, Johnny Snowkiller lebt noch? Ja, der unsterblich ist? Ja, der einmal wieder zurückgebracht wurde von den Toten. Und der nicht weiß, dass seine Mutter eine rothaarige Hexe ist? Nee, die ist nicht seine Mutter. Aber du hast es doch gesagt, dass du es vermutest. Nein, die hat ihn zurückgebracht. Nein, er weiß noch nicht, dass er nicht der Sohn von Ned Stark ist, sondern der Neffe von Ned Stark. Okay. So. Und dass er damit... Also der Sohn von der Schwester von Ned Stark. Genau, der Sohn von der Schwester und von dem Bruder von Khaleesi. Selbstverständlich. Aber von dem großen Bruder, der schon vor Anfang der Serie gestorben ist, von Rhaegar. Ah, nicht von dem mit der Krone... Nee, nicht von Viserys, das ist der jüngere Bruder. Ja. Sondern von Rhaegar, dem nobleren, edlen Bruder. So. Der, so die Vermutung damals, auch seinen Vater, den Mad King, eigentlich stürzen wollte. Aber friedlich. Den Mad King hat man auch nie kennengelernt. Man hat ihn einmal gesehen, jetzt in einem Rückblick. Ach so. Von Bran. Also der mit den dreiäugigen Raben. Ja. Der hat dann den Mad King gezeigt, wie er auf dem Thron sitzt und immer nur burn them all geschrien hat. Der kleine Nero. Ja. Nur halt schon als alter, wirrer Mann. Wo auch, es gibt die Vermutung, dass das Gleiche, was Bran mit Hodor gemacht hat, ist so eine Fantheorie. Was hat denn Bran mit Hodor gemacht? Naja, dass er sich durch die Zeit zurück in Hodor's Verstand versetzt hat. Hat er? Ja, weil er was beeinflussen wollte. Ach so, Bran ist ja der Junge. Genau, deswegen hat er diesen Hold the Door. Stimmt, er konnte ja alle mehr oder weniger so. Ja, und dass er das, was ähnliches mit dem Mad King gemacht hat und dem einfach Visionen von der Armee der Zombies gezeigt hat. Zusammen mit dem, wie besiegt man die Zombies? Burn them all. Eine der Fantheorien, was den Mad King in den Wahnsinn getrieben hat. Aber es ist eher unwahrscheinlich, so wie die Serie, die jetzt ein bisschen weiter ist als die Buchserie. Und der Kingslayer, der ist noch dabei, oder? Der reitet gerade Genn Norden. Also das Ende der siebten Staffel, da reitet er Genn Norden, weil er sich an den, also Cersei, seine Zwillingsschwester, Lena Headey, aus 300 unter anderem oder den Sarah Connor Chronicles, der Terminator-Serie. Sarah Connor Chronicles wurde irgendwie eingestellt, wo ich die echt gut fand. Im Gegensatz zu den anderen Terminator-Serien. Es gibt andere Serien? Ich dachte, es gäbe noch eine andere Terminator-Serie. Oder generell auf... Adventures of a Young Terminator. Nee, auf hier, wie heißt die Firma nochmal? Cyberdyne. Ja, genau. Ich dachte, Cyberdyne Systems oder sowas, dass da halt irgendwie da noch drauf basierend irgendwas... Naja, egal. Ich fand die jedenfalls irgendwie ganz gut. Also da kennt man sie auch her. Bei Judge Dredd hat sie auch mitgespielt. Das wäre ja ein schwieriger Film. Echt? Nicht der mit Sylvester Stallone, sondern der Neue. Okay. Also jetzt gar nicht. Ich glaube, der Neue lief letztens irgendwo. Der ist auch auf Netflix, glaube ich. Der Neue ist halt so ein... Aber auch wie so brutal. Ja, aber der ist halt einfach so ein guter Actionfilm. Hat so ein bisschen was von Stirb langsam. Die sollen halt jemanden festnehmen in so einem Hochhaus. Und die gehen rein und dann gehen die Türen zu. Und der hat einfach so ein... Ja. Also sehr unterhaltsam. Das war doch der Typ... Das war dieser Film, wo die den Opfern immer irgendwie so eine Droge gegeben haben. Dass die Zeit langsam läuft. Genau. So ewig. Also eigentlich nehmen die es halt normal als Droge. Genau. Und als Strafe für die Leute, die Lena Hidi, die heißt irgendwie Mother oder Mama, enttäuschen. Mit der Narbe übelst du im Gesicht. Genau. Die sie enttäuschen. Die bekommen dann halt die Droge, während sie getötet werden. Ja. Um das halt, um da halt jeden Moment intensiver zu erleben. Genau. Naja, und sie hat ja Khaleesi und Jon Snow versprochen, dass sie dabei hilft, gegen die Toten zu kämpfen. Und quasi einen wackeligen Frieden eingeht. Will sich aber null dran halten. Stattdessen holt sie Söldner aus Essos. Nicht mal 1,5. Nicht mal 1,5. Stattdessen holt sie Söldner aus Essos. Also dem östlichen Kontinent, wo Khaleesi die ganze Zeit rumgammelte. Da wird getankt bei Essos. Ja. Nicht bei Arjib. Nein. Was ist eigentlich mit Schweighöfer? Also dieser Frau, die so aussieht wie Schweighöfer. Die Frau, die so aussieht wie Schweighöfer. Die wird doch immer in Memes immer so verglichen. Diese große Blonde. Ah, Brienne. Ja. Brienne of Tarth. Diese Kriegerin. Die ist auch im Norden. Die ist gerade. In Winterfell. Hat die sich nicht in den Kingslayer mal verguckt? Ja. War da nicht was? Ja, genau. Ist auch so eine Theorie, dass die halt so ein unlikely couple werden am Ende. Das ist wirklich cool. Ja, also auch wenn sie halt kein romantisches Paar werden, was ich auch, das glaube ich tatsächlich nicht. Aber dass sie halt wieder zusammenkommen. Also eine, der es gibt, hat mehrere Theorien dazu, wie Cersei stirbt. Cersei hat ja diese Prophezeiung bekommen. Cersei. Das ist Lena Headey. Nee, die Königin. Lena Headey. Aus 300. Aus Sarah Connor Chronicles. Cersei. Ja, die Schande. Ja, genau. Ja. Genau. Und sie hat im Wald so eine Prophezeiung bekommen, wie ihr Leben ausgeht und dass eine jüngere, schönere Königin sie vom Thron stoßen wird, dass alle ihre Kinder vor ihr sterben und dass am Ende der jüngere Bruder sie umbringen wird. Ist das jetzt eigentlich noch buchbasierend, das Finale oder ist das fiktiv von Autoren zusammen? Nein, die haben das abgesprochen mit George R. R. Martin. Das ist der Autor der Buchreihe. Also hat der dann irgendwie was grob geschrieben und die haben das halt ausgefüllt? Genau. Also er hat die wichtigsten Punkte auf dem Weg zum Ende geschrieben. Okay, ich schreibe ihm zehn Seiten und sie machen ein Tausend daraus oder so? Genau, genau, weil er ist gerade, das müsste eigentlich oder sollte dieses Jahr noch fertig werden, Buch sechs und das letzte Buch wäre dann Buch sieben. Okay. So, also das ist so der Stand und die Frage ist auch mal, ob er das noch hinbekommt, weil er über 70 ist, ich glaube 72 oder so. Da haben wir jetzt ja ein paar Beispiele, was Leute über 70 noch oder hinkriegen oder nicht. Ja, das letzte hat er halt so acht bis zehn Jahre gebraucht. Bernie! Ja, aber ich meine, gut, Trump ist auch über 70. Ja, gut. Very smart. I've got a good smart brain. Deswegen hat er ja auch alle Colleges und alle Schulen halt über Cohn oder sowas bedrohen oder pressen lassen. Weil alle neidisch werden, wie klug er ist. Weil die haben, die haben für ihn eine separate Zahl erfunden, weil es noch nie jemanden gab, der so klug ist. Geil fand ich auch das Interview von seiner Tochter neulich, dass sie nicht glaubt, dass die Leute einen Mindestlohn wollen, weil die Leute wollen das verdienen, was sie bekommen. Du! 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 Ich kann mir das gar nicht vorstellen. War das bei Colbert oder war das bei Trevor Noah, der dann ihr Bewerbungsschreiben gezeigt hat? Achso. Daddy I want a job! Ivanka in Klammern sexy daughter. Ja. Ja, ja. Ach. 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 Weißt du mal Wahnsinn, wenn ich solche Affen, also die sind ja halt auch alle psychisch durch. Die sind ja nicht mehr irgendwie einigermaßen gerade. Ja. Ja. Fand ich halt, es ist total geil, wie da halt irgendwie gerade, ähm, äh, was ist das, Gerichts, äh, oder diese Verhörsszenarien jetzt gerade mit, ähm, mit, ähm, mit Cohn passieren. Und wie dann halt die, die Kongressanhörung, die Kongressanhörung, wie die Republikaner halt, wie im Kindergarten reagieren von wegen, naja, naja, pants on fire. Wie er da halt extra das, äh, dieses Plakat machen ließ. Ja, du hast auch Seth Meyers, Seth Meyers, Seth Meyers gesehen, ja. Erstmal das 15 Minuten war Closer Look. Dann hab ich noch nie von Ihnen gehört vor heute. Genau. Der, der angezogen ist, bis er im Polunder, als ob er auf die Südstaaten-Hochzeit konnte. Ja. Oh, meine Güte. Oh, Wahnsinn. Ja. Naja, naja, ähm, zurück zur unterhaltsameren Trump-Familie, den Lannisters. Ich hab schon irgendwie gedacht, also das passt vielleicht da ein bisschen zu, wenn das mehr oder weniger durch ist, dieses Trump-Ding, das wird mit Sicherheit als Film oder Serie komplett ausgepeitscht. Ja, 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 auf jeden Fall. Ich mein, natürlich, sobald da die TV-Rechte freigegeben sind, ist es. Ja, zumal das halt irgendwie krasser ist als House of Cards. Wo du auch teilweise immer dachtest, oh mein Gott, der hat Leute betrogen und umgebracht und sowas und denkst dir, okay. Weil sie immer teilweise auch gesagt haben wie House of Cards, bloß, dass Trump halt nicht ansatzweise klug ist und die Hauptfigur, die Kevin Spacey spielt, ja sehr hinterlistig und sehr taktisch und klug vorgeht und das Gleiche, bloß, dass das voll ausklammerbar ist. Das Einzige, was Trump wohl, was jetzt so ein bisschen rauskommt, geschafft hat, dass er selten bis gar nicht halt irgendwie direkt über Verschwörung und Betrug und sonst was sich in erster Position geredet hat, sondern nur gesagt hat von wegen, mach das, das ist okay. Also, dass er halt das echt irgendwie filmisch wahrscheinlich durch tausend, weiß nicht, Goodfellas-Teile oder sowas durchgeguckt, dass er sagt, okay, ich werde meinen Namen direkt nicht reinpacken, aber das fand ich aber auch, also diese ganze Nummer, die er da, auch das, wo Michael Cohen dann meinte, er hat es eigentlich nur gemacht, um seine Marke zu stärken und hatte nie das Ziel, Präsident zu werden. Ja, das merkst du ja, seitdem er da ist. Gott, und jetzt sitzt er gerade mit Kim Jong-un rum. Zufälligerweise zu der Zeit in der Gesundheit. Danke. Pardon. Ja, irgendeine deutsche Seite schrieb dann auch, USA setzen wieder Agent Orange in Vietnam ein. Irgendwer hat den auch letztens so genannt, also irgendwie ein Gast bei, ich glaube, Stephen Colbert meinte von dem ist Agent Orange. Er hat die gesündeste und natürlichste Hautfarbe. Ja, total. Ist halt ein bisschen zu fett und ein bisschen zu dumm und ein bisschen zu Trump. Übrigens, Netflix-Serie nochmal, die ich ganz kurz als letzten Einwurf empfehlen kann. The Umbrella Academy. Hast du gesehen? Ich bin mittendrin. Okay. Ja, es ist halt einfach, was wir letztes Mal gemacht haben. Es ist halt, ich dachte, dieses, es gab ja irgendwann, fing es ja an, dieser Boom auf etliche Comic-Verfilmungen. Es basiert auch auf einem Comic. Also es ist nicht nur eine Serie, die so wirkt, sondern es basiert auch tatsächlich auf einem Comic. Ich dachte so. Ey, guck mal rein. Also ich finde es ganz unterhaltsam. Es ist gut gemacht. Alan Page spielt mit. Ich bin gerade bei Parallel, ich bin gerade bei Shameless und dann halt The Sinner. Shame. Les. Ja, genau. The Sinner ist Jessica Biel Beach-Murder, oder? Nee, ach nein. The Sinner ist ein anderer. Ja, ja, ja. Also fängt an mit der Frau, die mit ihrem Kind und ihrem Mann am Baggersee ist. Ach doch, ja. Jessica Biel Beach-Murder. Okay. Ich weiß nicht, warum sie die Serie anders genannt haben. Ich finde sie so viel einprägsamer. Hm. Ja. Naja, weil sie halt irgendwie so diese ganzen Verstrickungen und der katholische Hintergrund und dieses Krass von wegen All The Sinners und sowas und dann vielleicht deswegen. Ja, die ist auch, ich habe die ja gesehen, das sind auch nur die acht Folgen, das ist nur oder zehn oder wie viel das sind. Es gibt zwei Staffeln. Dann muss die zweite sich um was anderes drehen. Okay. Weil die erste ist abgeschlossen. Okay. Also es kann ja sein, dass sie das machen wie Fargo. Ich wollte gerade sagen, es ist vielleicht sowas wie Fargo. Ach, wie heißt True Detective oder so. Also das kann ich mir vorstellen. True Detective gibt es immer noch nicht auf irgendwelchen Streaming-Anbietern, die wir haben. Nur eine Sky oder sowas. Ja. Ach, Sky. Ich hoffe, die verrecken irgendwo im Boden. Die haben jetzt aber eine Kooperation mit, ich weiß nicht, mit Netflix oder sowas. Also wenn du Sky hast, hast du auch Netflix. Weil die halt einfach gerade voll untergehen und versuchen halt, sich irgendwo festzuhalten. Natürlich, weil kein, ohne Fußball wäre Sky auch schon längst weg vom Fenster. Ja, ist ja alt. Ja, dieses, dieser, Gott, ja. Naja. Die ja auch immer zu Game of Thrones kriegen, die hat auch jedes Mal so einen Boom. Ich kaufe mir das immer bei iTunes oder bei Amazon Prime. Ja. Dann siehst du es halt mit einem Tag Verzögerung, aber hast es dann halt einfach automatisch drin. Wann ist jetzt nochmal los? 14. April? 14. April, genau. Also das sind jetzt noch die letzten Worte dazu. Jamie ist gerade auf dem Weg nach Norden. Er will sich nämlich an diesen Frieden halten und dann kämpft er halt mit gegen die White Walker. Mit einer Hand. Gab es nicht irgendwie schon so einen Riesenangriff gegen die Wall mit den White Walkern und diesen ganzen Orks und sowas? Die White Walker sind durch. Wie, die haben sie besiegt? Nein, die sind, äh. Ach, durch die Wall. Ja, genau. John und so ein paar andere Leute wollten doch einen Zombie gefangen nehmen und saßen dann mehr oder weniger fest und Khaleesi ist mit den drei Drachen hin und der Night King hat einen der Drachen umgebracht und wiederbelebt. Ach so, und dann zum Bösen quasi. Genau. Also zum White Walker Dragon. Ja, genau. Also die Whites heißen die nur im Englischen, also wie Wichte. Die wiederbelebten. Whites sind Wichte? Ja. Also wie wird das geschrieben? W-I-G-H-T. Ach so. Okay. Und hat den Viserion, ist es auch, also der Drache, der nach dem bösen Bruder von Khaleesi benannt ist? Der mit der Maske, äh, der mit dem Kronen im Gesicht. Genau, genau. Also sie hat die Drachen nach ihren beiden Brüdern benannt und nach Khal Drogo. Der, den sie reitet. Drogo! Genau, der, den sie reitet, der ist nach ihrem Mann benannt, äh, Drogon. Ähm, und, äh, Viserion ist jetzt der tote Drache und dann gibt's halt noch den Drachen, der nach Johns Vater benannt ist, Rhaegar. Rhaegar, ja. Rhaegar, wie? Also Rhaegar ist der, äh, Vater von Jon und, äh, Rhaegar heißt der Drache. Okay. Was ist denn mit dem Typen, der, dieses, der ältere Herr mit den roten Haaren, der diesen Ausschlag hat, gibt's den noch? Ja, den gibt's noch. Der ist auch wieder zurückgekehrt zu Khaleesi und nachdem er geheilt wurde von Greyscale. Khaleesi und äh, und, äh, er heißt, äh, Sergera Mormont. Sergera Mormont. Mormont. Er ist auch, äh, dieses, dieses aufsässige Mädchen aus dem Norden, die da Fürstin ist. Er ist das aufsässige Mädchen? Nein, es gibt doch dieses, dieses junge Mädchen, die Fürstin ist. Das ist aber nicht, das, dieses, diese, diese Burg da in der Höhe, dieses ewige Loch haben. Nein, 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 das ist, das ist The Vale. Der Norden ist Winterfell. Und da gibt's eine, ähm, eine Fürstin, die halt irgendwie so zehn oder elf ist, die dann immer so mitgeritten ist in den letzten Staffeln und immer so ein bisschen am Tisch saß und immer so trotzige Kommentare in die Runde geworfen hat. Okay. Und das ist seine Nichte. Ich muss mir die Staffel mal reinpfeifen, ist komplett weg. Also die halt einfach so ein, so ein kleines, so ein kleines Kind ist. Ja. Äh, und die einfach nur im Hintergrund sitzt und so ein bisschen alle anderen böse anguckt, was sehr unterhaltsam ist. Ähm, genau, und das, das ist seine Nichte. Also, und, ähm, der erste Lord Commander, der Jon Snow auch das Schwert gegeben hat, das ist sein Vater. Ah, ja! Das ist, das Schwert sollte eigentlich er bekommen. Ähm, er ist aber wegen Sklavenhandels ins Exil geschickt worden. Ähm, und hat... Ach so, der Rote, der mit dem Ausschlag? Genau. Genau, er hat mit Sklaven gehandelt für seine damalige Frau. Ja. Ähm, alles vor der Serie und wurde deswegen ins Exil geschickt. Mhm. Und, ähm, er wollte sich seinen Platz am Hof wieder verdienen, indem er Khaleesi ausspioniert. Also eigentlich müsstest du mir eine Wandzeichnung machen mit dem ganzen... Ja, ich glaube, eine Wand reicht ja nicht aus. Also es gibt eine ultra komplizierte Vorgeschichte, das kann ich jetzt mal um so ein bisschen dichter zum Thema zu kommen. Eigentlich will ja Daenerys den Thron. Daenerys. Also Khaleesi. Ja. Daenerys Targaryen. Khaleesi ist ja auch nur ein Titel, ne? Genau. Bedeutet ja auch nur meine Königin oder sowas, ne? Äh, also analog zu, ähm, Karl Drogo ist sie halt Khaleesi. Okay. Also Karl und Khaleesi, die als männliche und weibliche Form von, ja, weiß ich nicht, Stammesführer oder wie man das übersetzen möchte. Kale und Kaleria. Genau. Klausus und Klausina. Ihr Gesichtspunkt ist ja, dass... Dirk und Dirkina. Machen Sie weiter. Nüsse und Nyssinia. Uh. Ihr Gesichtspunkt ist ja, dass, weil ihr Vater König war und unrechtmäßig vom Thron gestoßen wurde von Robert und Robert keine rechtmäßigen Kinder hat, müsste sie eigentlich die nächste in der Thronfolge sein. Aber dieser Thron, also dieser, dieser Thron mit den Schwertern, ne? Darum geht's. Ja. Das ist doch aber nicht der höchste Thron da auf dieser Welt, oder nicht? Aber ich meine... Auf dem westlichen, auf dem westlichen Kontinent Westeros schon. Also da, wo sie die ganze Zeit... Aber Khaleesi ist doch gar nicht auf dem westlichen Kontinent. Doch, seit, seit der letzten Staffel schon, da hat sie übergesetzt. Ja, aber warum denn? Sie hätte doch bei sich da im Süden oder... Ja, weil sie, weil sie halt der Ansicht ist, dass ihr dieser Thron zusteht und dass sie die rechtmäßige Thronerbin der Siebenkönigreiche ist. Ja. Oder der Sieben... Essen, Seven, ja. Ach, diese Gier, diese Gier. Ja. So. Es gibt doch jetzt bestimmt schon irgendwelche Spin-off-Ideen zu der Serie. Es gibt, das erste Spin-off wird schon bald produziert. Das geht in Präproduktion mit Naomi Watts. Und das soll wohl ein Prequel sein, was tausende Jahre vor der Serie spielt, bei der ersten Long Night. Also dem ersten Angriff der White Walker. Ich dachte irgendwie so ein Skat-Abend. The Long Night. Hm. Ähm, ja. Also das ist wohl die... Also, dass Naomi Watts da mitspielt und das ist ein Prequel, das ist relativ sicher. Ähm, ob das wirklich die erste Long Night ist, das weiß man, glaube ich, noch nicht ganz genau. Es sollen wohl nur vor sehr langer Zeit spielen. Es gibt halt ein paar andere interessante Ideen. Ähm, es gibt so noch... Außer sich der White Walker. Zum Beispiel... Äh, oh. Ja. Die Sauf- und Frauengeschichten vom jungen Robert Baratheon. Was ist eigentlich mit dem Typen, der da an dieses richtige Kreuz da so lange gekettet wurde und dem die Hunde, die die Klöten gekaut haben? Theon Greyjoy. Und dann gab es auch diesen Sadisten, der ihn die ganze Zeit gequält hat. Ramsey Snow. Gibt es hier alle noch? Ramsey Bolton, nein, Ramsey wurde bei dem Battle of the Bastards besiegt. Das war diese Schlacht im Schnee mit Jon Snow und der anderen Armee. Da wurde dieser, dieser, äh, komische... Er ist der Sadist. Sadist, der wurde getötet, oder was? Er wurde gefangen genommen und Sansa hat ihn dann von den eigenen Hunden zerfleischen lassen. Ah. Und der Geläutete quasi, dem die Klöten abgekaut wurden, gibt es den noch? Ja, der ist, ähm, zum Ende der letzten Staffel, ähm, wurde, wurde das Schiff angegriffen, auf dem er und seine Schwester waren. Der sich nicht getraut hat zu kämpfen. Genau, und seine Schwester wurde von, äh, seinem Onkel gefangen, oder von ihrem gemeinsamen Onkel gefangen genommen. Das ist der, der so ein bisschen sich benimmt wie der Joker von Westeros. Äh. Der hat immer so irre, mit dem, äh, mit dem Backenbart. So ein dänischer Schauspieler, der immer so irre lachend, äh, der auch, ähm, vorhatte mit Cersei was anzufangen. Der hat immer so ein bisschen Cersei angegraben. Okay. Ähm, und hat ihr auch die, ähm, die Töchter von Dawn geliefert, die ihre, die Cerseys Tochter vergiftet haben. Naja, also, ne, auf jeden Fall der Onkel, der Onkel vom... Ziemlich kluges Gesicht. Der Onkel vom Hodenlosen. So spricht er meine Sprache. Eine hodenlose Frechheit. Ähm, sein Onkel hat, äh, seine Schwester gefangen genommen und am Ende der letzten Staffel hat er sich eine Crew von Ironborn genommen und will seine Schwester befreien. Ach, stimmt, diese Eiseninsel, ne? Genau. Das war auch irgendwie... Genau, und sein Onkel ist gerade auf dem, in Cerseys Auftrag, auf dem Weg nach Essos, um eine Söldnerkompanie anzuheuern. Und mit der nach Norden zu marschieren. Nicht nach Egypt, sondern nach Esso. Also, um Jordan, äh, um Jordan, um Jon Snow und Khaleesi's Armee zu überrumpeln, während die von den White Walkern angegriffen werden. Die überrumpeln, ja. Kriegstaktische Ausdrücke. Ja. Wir überrumpeln sie und dann nehmen wir ihren Scotch weg. Ja, genau. Also, aktuell sitzt ja auch noch Cersei auf dem eisernen Thron. Was ist eigentlich mit dem kleinen Typen? Gibt's den noch? Ja, den gibt's auch noch. Ja, das ist einer der Kandidaten, der sie umbringen könnte. Ihr jüngerer Bruder. Der ist ja halt der Pfiffigste von allen eigentlich. Ihr anderer jüngerer Bruder ist übrigens Jaime. Jaime ist auch jünger als sie. Der Lannister. Ja. Der Kingslayer. Ihr Zwillingsbruder. Sie sind Zwillinge. Ja. Aber sie ist die Erstgeborene. Vielleicht machen die das in Kooperation. Ja. Wie ein Tag-Team-Kampf. Und dann sagt er, weil ich immer so böse zu dir war, kleiner Bruder, darfst du auf den Thron. Oder... Und er hat seine Ruhe, weil er schon so viel erlebt hat und wird mit Schweighöfer glücklich. Er hat ja auch schon andere, also Tyrion hat ja, der Kleine, hat auch schon andere Sachen angesprochen, ob sie eventuell ein anderes System finden als ein Königreich. Ja, vielleicht nicht einfach ein Thron hin, sondern eine Bank. Und dann sitzen da drei. Ja. Das berühmte Königreich. Das ist eine Bank da oben. Die Hölster eine Bank. Ja. Wie sieht das Dortmund? Gar nicht. Ist die da so detailliert aufgestellt wie du? Oder ist die mehr so wie ich? Nee. Mehr so wie du. Dann versteht die das ja. Kennt Game of Thrones nur von Memes. Gibt es da so eine Comic-Zusammenfassung? Fünf Minuten. Alle Staffeln. Ich glaube, das gibt es sogar. Es gibt doch diese crazy Zusammenfassung. Eine Minute, eine Staffel oder sowas. Ja. Wo so ein Typ nicht gepitcht, also nicht hochgepitcht, sondern er spricht einfach nur schneller und denkst, what? Und dann sind Bilder eingezeigt. Ja. Du könntest doch jetzt einfach mal, wie viele Staffeln gibt es jetzt? Sieben. Sieben. Kannst du mal die sieben Staffeln relativ knackig zusammenfassen? Okay, Daenerys Targaryen und ihr Bruder Viserion sind unterwegs in Essos um einer Armee zusammenzustellen, um Westeros zu erobern. Nicht Egypt. Viserion wird von, ne, Viserys wird von Khal Drogo ermordet, dem Mann von Daenerys Targaryen. Das ist Viserion nochmal? Das ist ihr, der mittlere Bruder der Targaryens, Viserys. Viserion ist der Drache. Entschuldigung. Genau. Khal Drogo stirbt bei einem Zweikampf, äh, beim Zweikampf an Wundstarkrampf. Ah, irgendwas war vergiftet. Oder an Blutvergiftung. Ja, es ist einfach nur so ein, die Wunde entzündet sich, ja. Also halt so was ganz Dummes eigentlich. Also da müsste man auch den Schreiber irgendwie einen Stift ins Ohr stellen. Ja, aber das ist eigentlich, eigentlich ist es ja ganz gut halt, dieser noble Kämpfer, der im Kampf noch nie besiegt wurde, stirbt halt an sowas Gewöhnlichem wie, ähm, wie einer vergiftet Wunde. Übrigens, ähm, ich hab's noch gehört, Spoiler, falls du das spielen willst, aber ich glaube, wir haben niemanden, weder bei uns im Raum noch, der das spielen möchte, Red Dead Redemption 2. Also quasi GTA. Das Cowboy-Spiel. Genau, GTA im Wilden Westen. Und das endet auch damit, dass der Held an Tuberkulose stirbt. Also du fängst halt irgendwie im Spiel immer mehr an zu husten. Und dann merkst du halt so, hm, ja, okay, es wird immer blutiger. Und halt so, du bist halt dieser, einer der größten Ganslinger im Wilden Westen, aber du stirbst an Tuberkulose und kannst nichts dagegen machen. Blöd. Ja, naja, also auf jeden Fall, ähm, er stirbt, ähm, sie hat quasi diesen magischen Moment, wo sie seinen Pakt schließt und das, äh, das Leben der Hexe, die, ähm, Karl Drogo zu so einem, der zu so einer wandelnden Leiche zu jemandem katatonischer Starre gemacht hat gleich, ähm, gemacht hat, äh, die verbrennt sie und sie wirft sich selbst auf den Scheiterhaufen, kommt aber unbeschadet davon und drei Drachen werden geboren. Seitdem ist sie Mother of Dragons. Ah, genau, okay. Und zieht mit ihrer Kallassar, also den verbliebenen Reitern, durch Essos auf der Suche nach Geld, nach Schiffen und nach Möglichkeiten, findet aber nichts. Da ist der Wurm, der keinen Pipimatz hat. Ja, genau, befreit, befreit aber ganz viele Sklaven, unter anderem den Wurm, der keinen Pipimatz hat. Ähm, befreit ganz viele Sklaven und hat letztendlich, bekommt letztendlich doch eine Armee und Schiffe, die sie erobert, mit denen sie nach Westeros geht, so. Das ist jetzt mal die ganze Geschichte von ihr in sechs Staffeln zusammengefasst. Wie die ganzen Händler das haben wollen. Also sie. Genau. Jon Snow, der vermeintliche Bastard der Starks, meldet sich freiwillig für einen Dienst an der Mauer, was sich mehr oder weniger als Fluch oder Segen herausstellt. Auf all deinen Wegen. Ja, anders als die anderen Starks wird er nämlich nicht bei der Roten Hochzeit ermordet. Stimmt. Da gehen relativ viele Starks dabei drauf. Die jüngste Tochter Arya geht in der Zeit auch nach Essos, in den Norden von Essos und wird zum Faceless Assassin. Die Fechtkönigin. Genau. Die andere Tochter. Hat die mit dem Deutschen da trainiert, ne? Ja. Mit Tom Blasch, ja. Die andere Tochter Sansa wird von Hof zu Hof rumgereicht und vergewaltigt, bis sie wieder in Winterfell landet. Die war aber auch dumm. Wo sie sich das verdient hat, aber die war irgendwie nervig. Ich weiß nicht, ob es in einer Schauspielerin liegt oder in einer Figur. Jon Snow, ach, die ist Schauspielerin ist auch furchtbar, muss ich leider, die spielt auch bei X-Men mit, die ist auch. Du meintest aber auch, dass sie halt natürlich in Teenager-Zeiten nicht wussten, dass sie halt nicht so entwickelt, wie sie auch waren. Ja, ich meine, das kannst du ja nicht, ja, die sind halt zwölf oder dreizehn, wenn sie da anfangen. Ich meine, aber ihre Schwester oder ihre Spielschwester, die ist halt krass. Ja, aber wie gesagt, du kannst sie ja nicht backen. Sehr coole britische Miniserie hat die noch irgendwie gemacht. Echt? Ich weiß gar nicht, wie die heißt, glaube ich, auch auf Netflix. Sie heißt Macy Williams. Nein, ich meine die Serie. Ja, aber ich kann ja nach Namen suchen, also falls ihr die sucht, Macy Williams. Genau, alle anderen Starks sind mehr oder weniger tot. Auch Rickon, der jüngste Bruder, Jon Snow, ist an der Mauer, wird von den eigenen Männern verraten, erstochen, von der roten Priesterin Melisandre, die an den Feuergott glaubt, der das Einzige ist, der der Einzige ist, der die White Walker aufhalten kann, wiederbelebt. Ist auch der Einzige, der immer auftaucht als Gott, oder? Also, der jetzt kräftemäßig sagt, ah, ja, ja, das ist schwierig. Aber sie hat ja schon Feuer und alles ausgehalten und Leute wieder geholt, deswegen meine ich so jetzt ein paar. Ja, die Frage ist halt, wie viel davon wirklich echte Magie ist und wie viele halt so billige Tricks sind. Also ja, sie hat schon so ein Draht zu echter Magie. Aber hat sie nicht irgendwie mit so einem komischen Teufel irgendwie so ein Kind gekriegt, wo so ein komischer, oder so ein Schatten geboren oder so? Das ist aber, das ist quasi ihre Ausbildung, sie ist Shadowbinder. Also das ist ihre magische Sparte. Die Frage ist aber, ob das überhaupt... Ob das von der IHK abgenommen wurde? Ja, und ob das was mit dem roten Gott zu tun hat. Also was auf jeden Fall was mit dem roten Gott zu tun haben scheint, ist, dass das Blut der Targaryens, die heißen ja auch immer The Blood of the Dragon, dass das irgendwas bewirkt. Das Blut der Targaryens bewirkt. Naja, ich meine, Khaleesi hat diesen Drei-Drachen-Leben verliehen. Jon Snow konnte von den Toten zurückgebracht werden. Und ähm... Tyrell? Tyrell? Tyrell, das sind die mit den Blumen, die alle umgebracht wurden. Die sind alle tot jetzt. Okay. Diana Rigg aus mit Schirmschaum und Melone, die so die Stammmutter war, die wurde von Jamie vergiftet. Schirmschaum und Melone aus den 70ern? Ja, genau. Die war die alte. Die alte Frau. Ah, okay. The Queen of Thorns. Ah, okay. Diana Rigg. Ähm, die anderen sind bei der Explosion gestorben. Die beiden Jüngeren. Hm, bei der blauen Explosion. Grün. Ja. Als Cersei die Sept in die Luft gejagt hat. Ähm... Wo bist du jetzt? Ja. Ich näher mich dem Ende. Naja, Jon Snow erobert den Norden zurück. Ähm, will mit Khaleesi reden, die will ihn gefangen nehmen. Er will, ähm, zeigen, dass es die Zombies wirklich gibt. Lässt sich im Norden dumm festhalten. Khaleesi rettet ihn mit den Drei Drachen, kehrt mit Zwei Drachen im Schlepptau zurück. Und er und seine Tante machen auf dem Schiff rum. Er macht mit seiner Tante rum? Ja. Also mit der... Khaleesi. Ach so. Ohne, dass er weiß, dass es seine Tante ist. Ah ja. Aber die Targaryens haben schon schlimmere Dinge gemacht als Neffe und Tante. Gut. Das ist ja ein bisschen saarländische Tradition. Ja. Ja, ja. Ja. So. Und jetzt ist... Also was rechtmäßige Thronfolge angeht, wäre es halt theoretisch, sie glaubt sie, aber eigentlich in der Thronfolge er. Weil er der nächste männliche Erbe ist. Sie glaubt sie? Nein, sie glaubt, dass sie die nächste in der Thronfolge ist. Ach so. Sie weiß ja nicht, dass er sie denkt hat, auch wie alle anderen, dass Jon Snow einfach nur der Bastard von Ned Stark ist. Wer kennt denn die, die Familienkonstellationen so... Derzeit nur Bran und Sam. Können die die irgendwie beweisen? Na, die sind beide in Winterfell. Haben die einen Perso dabei oder irgendwas? Ja, Sam hat Dokumente gesammelt in der... Wo war er denn da? In diesem Büchereiturm. Ah. Im Hightower. Und er hat Dokumente gesammelt, dass Rhaegar nochmal verheiratet war. Hightower. Dass er... Police Academy. Nice. Neben dem Königreich von Tackleberry. Ja, Tackleberry. Er hat Dokumente gesammelt, dass Rhaegar nochmal verheiratet war. Ihr benimmt euch wie Tiere. Ich glaube auch, dass das Kind registriert war. Also ich glaube, sie wussten auch, dass es Aegon... Oder das wusste nur Bran. Ich glaube, sie haben es beide zusammengesetzt, diese Information. Meinten, ja, naja, Rhaegar war nochmal verheiratet. Diese ganze Geschichte mit Rhaegar und... Marshall Rhaegar. Liana Stark war ohnehin die ganze Zeit... Es war immer so ein bisschen suspekt. Also deswegen gab es halt auch, bevor es rausgekommen ist, lange diese Fan-Theorie. Es ist auch eigentlich... In der Serie ist es relativ offensichtlich, dass Ned nicht der Vater von Jon Snow ist. Selbstverständlich. Ich hoffe, ich sei noch wach. Er sagt halt immer so kryptische Sachen wie, du bist vielleicht kein Stark, aber wir teilen uns dasselbe Blut. Und so, du gehörst zu meiner Familie, egal was ist. Stark. Stark. Ja, naja, ne, und das Ganze... Also, Jon ist jetzt der rechtmäßige Thronfolger, wenn es bei der Targaryen-Reihe bleibt. Die ganzen Fans wollen doch auch lieber Jon als irgendjemanden auf dem Thron sehen, oder? Ja, oder er und seine Tante halt. Aber auch doch nicht als Couple. Knick, knack. Die hatten doch jetzt schon Sex, jetzt ist doch egal. Also ich meine, jetzt ist doch... Wenn einmal hier der... Haben die mit irgendwie so Ziegenhaut verhütet oder sowas? Weiß ich nicht, glaube nicht. Khaleesi geht ja eh davon aus, dass sie keine Kinder mehr kriegen kann. Ja, okay. Ja, ich meine gut. Glaubst du, da ist da noch was in der letzten Staffel, dass sie plötzlich sagt... Ich glaube ja tatsächlich... Mein Beutlein. Ja, oder ob sie einfach ihr Kind aufgeben müssen und das den White Walkern als Friedensangebot geben. Das ist ja das, was Schauspielerinnen richtig hassen. Wenn sie in einer Serie sind, dass sie immer sagen, ey, lass mich bitte nicht schwanger werden, weil es halt immer so ein immer gleicher Prozess ist. Und ich glaube, egal, ob du in so einer Fantasy-Serie bist oder im Büro spielst, dass du irgendwie denkst, das beeinträchtigt meine Figur so sehr und ist schon klar, welche Sachen auf jeden Fall passieren müssen. Bitte nicht sowas. Ja, also ich kann es mir vorstellen... Was, dass Jon Snow auf den Thron geht? Nee, dass sie schwanger wird. Also ich wäre ja für... Wie heißt der? Tyrell? Tyrion. Tyrion. Den Kleinen. Der irgendwie, was war das letzte oder vorletzte Staffel, der bestbezahlteste Schauspieler an einem ganzen Ding war? Ich dachte, die bekommen alle gleich viel, die fünf. Okay, ich dachte irgendwie, ich hätte immer mal gelesen, dass er, als er so übelst gehypt war, dass er der vielleicht auch mit dem ganzen, ich weiß nicht, auf die noch anteilig irgendwie... Also ich meine, die fünf bekommen alle gleich viel, aber es kann sein, dass er in mehr Folgen mitgespielt hat. Jon Snow, Khaleesi, Tyrion und... Tyrion, Cersei und Jaime. Cersei ist Khaleesi, oder? Nee, die Königin. Cersei ist die Königin. Ach, die Schande. Ja. Und Tyrion ist der Kingslayer. Jaime. What? Jaime ist der Kingslayer. Ja. Wer war jetzt Tyrion? Tyrion ist der Kleine. Ja, aber das habe ich ja schon gesagt. Ja. Aber das ist der Kleine, der Kingslayer, die Schande, Khaleesi und Jon Snow. Das sind die fünf Hauptfiguren, die am meisten Kohle kriegen. Ich dachte, ich hätte irgendwo mal gelesen, dass der Typ in einer Staffel der Bestbezahlt wird. Aber wie gesagt, es kann sein, dass er einfach in mehr Folgen mitgespielt hat. Ach so, okay. Weil du pro Folge bezahlt wirst. Okay, ja, gut. Das wird es wahrscheinlich sein. Ja, also ich meine, ich hatte mal gelesen, die bekommen halt alle 1,5 Millionen oder so pro Folge. Ja, gerechtfertigt. Ah, ja, gut. Das ist wie hier in der Lindenstraße immer auftauchen. Ja, aber das ist schon. 1,5 Millionen. Ja, aber es ist halt, die bekommen immer noch, also im Vergleich irgendwie bei Friends haben sie damals eine Million pro Folge bekommen. Die Folgen sind ein halb so lang oder ein Drittel so lang wie die Folgen. Und die sitzen den ganzen Tag nur im Studio und trinken Kaffee. Ne, ich meine ja, den Aufwand, klar. Aber du im Westen spielst halt bei Game of Thrones und weißt halt davon, du liebst diesen Scheiß, weil du plötzlich Fantasy in den geilsten Settings der Welt machen darfst. Oder halt im Greenskin-Studio. Und kriegst dann halt noch, wie lange drehen die für eine Folge? Ja. Ein Monat oder was? Nee, das wäre ein bisschen zu lang. Ein Monat ist zu lang. Aber obwohl die Folgen jetzt sehr lang sind, und von der letzten Staffel bis zu dieser haben sie zwei Jahre gebraucht, nicht ein Jahr. Hast du nicht auch mal gesagt, dass sie zeitweise übelst viel Dialog reingekloppt haben, weil sie kein Geld für Schlachten hatten? In der ersten Staffel, ja. In der ersten Staffel hatten sie, glaube ich, ein Gesamtbudget von 10 oder 12 Millionen. Das wäre jetzt wahrscheinlich eine Folge. Ja. Ja, ich glaube, die letzte Staffel hat 150 Millionen oder so gekostet. Alter Finne, ey. Oder 120, also irgendwie so in dem Dreh. Ja. Aber allein das Merchandise und sowas reißt das wahrscheinlich so schnell wieder aus. Ja, also HBO hat auch echt einfach dicke Geld. Und danach wird es halt auch wieder irgendwie, es gibt ja jetzt schon Reisen an alle möglichen Standorte und diese Komplettpakete Game of Thrones in 30 Tagen und so. Ja, also Geld ist da nicht das Problem. Die Frage ist halt irgendwann, wie viel kannst du sinnvoll noch für eine Fernsehserie, die halt einfach einen gewissen Zeitrahmen hat, ausgeben, weil ich meine, selbst wenn es viel Geld ist, selbst wenn es irgendwie so 120 Millionen sind, im Vergleich zu einem Kinofilm, zu so einem Action-Blockbuster, ist es immer noch relativ wenig. Und so ein Blockbuster ist zwei Stunden lang, die letzte Staffel Game of Thrones hat irgendwie so sechs bis acht Stunden Laufzeit. Also von dem Verhältnis her ist es immer noch relativ wenig Budget. Ja. Also auch wenn es jetzt vielleicht in der letzten Staffel sogar noch mal ein bisschen höher war, aber trotzdem also immer noch nicht ganz mit Filmen vergleichbar vom Budget her. Welcher Schauspieler hat denn da am besten, sag ich mal, irgendwie rausreißen können, dass er sagt, ey, ich kann, ich kann, also er so etabliert, dass er jetzt richtig viel geile Dinger dreht, weil jeder macht ja irgendwas, aber ich habe... Ich glaube tatsächlich Lina Healy. Das war... Die Schande. Okay. Und Nikolai Costa-Walda, also ihr Zwillingsbruder in der Serie. Ah. Der sie auch so ein bisschen... Ja, aber der konnte sich auch ein bisschen... Ja, Peter Dinklage auch. Hat der nicht eine Serie noch gekriegt, eine andere? Echt? Wo er mitspielt oder... Also er hat bei ein paar Filmen spielt er mit, spielt auch bei Infinity War mit. Also bei dem letzten großen Marvel-Film. Ja, also ich meine, ja stimmt, für Dinklage halt ganz gut, dass Leute ihn mal nicht nur als den kleinwüchsigen Schauspieler gesehen haben, sondern wirklich halt in einer facettenreichen Rolle und er hat auch dadurch, glaube ich... Der ist auch einfach krass gut. Und er hat auch dadurch einfach Rollen bekommen, wo du vorher nicht in Erwägung gezogen hättest, einen kleinwüchsigen Schauspieler zu casten. Ja. Nikola Costa-Walda auch, der kommt aus Dänemark eigentlich. Auch einem relativ großen Markt so bekannt geworden. Der ist auch krass sympathisch, finde ich, wenn du den Interviews hörst. Der ist super. Du denkst so lustig. Also der Jon Snow ist halt einfach, wo du immer gedacht hast, der ist so ein bisschen schüchtern, unheimlich hübsch und sonst was und da war er dann in irgendwelchen Herakles-Verfilmungen oder ich habe keine Ahnung. Ja, ja, ja. Aber du hast jetzt nicht gedacht, was für ein interessanter Typ, sondern er ist der Typ, der genau auf diesen Typ gekastet wurde. Im Gegensatz zu dem, was du jetzt gerade erzählt hast, dass er halt als kleinwüchsiger halt so was spielen durfte und jetzt halt alles Mögliche und der hat einfach Szenen gerissen und du denkst, Alter! Ja, ja, es gibt also diese Szene, wo er vor Gericht steht vor allem. Ja. Die ist halt einfach die Bombe. Ja, also Nicola Costa-Walda konnte sich halt international ein bisschen etablieren. Auch Michael Hüßmann, der hat eine kleinere Rolle bei Game of Thrones gehabt, niederländischer Schauspieler, spielt dann einen Söldner, der mit Khaleesi was hat und der spielt die Hauptrolle in Haunting of Hill House. Okay. Also falls du den irgendwie zusammengeholt, also der, den ältesten Bruder da spielt. Ich hab die Serie gesehen. Ja, genau. Aber das sieht natürlich ganz anders aus. Was macht der Deutsche, der Sachse? Tom Blasch hier? Ja. Der spielt halt in Deutschland wieder ganz viel, der hatte vorher. Ja, aber halt auch immer nur kleinen Scheiß wieder. Ja. Das ist halt das Krasse, dass er halt irgendwie da war und dann hat er gesagt, ja, dann wollten die und als er wiederkam, hat er erst mal erzählt von mir, jetzt hatte ich keinen Bock mehr. Aber irgendwann merkst du halt auch so, dass die Agentur sagt, ey, das führt jetzt nicht mehr. Also bitte spiel mal Soko und mach mal bitte hier einen Auftritt bei Großstadtrevier. Aber was der schon immer gemacht hat, ist Hörbücher gelesen. Okay. Und ich glaube... Dann darf er auch mal ein paar andere lesen, ne? Ja, also finanziell ist es da keine Frage. Der kann sich das, glaube ich, ganz gut aussuchen. Hast du nicht mal gesagt, dass der eine Serie in Amerika gekriegt hätte? Hatte er auch, ja. Und die ist aber... Wie ist Crossing Borders oder so hieß die? Ja, halt so eine typische Polizei-Ermittlungsserie, wovon es eine Million gibt. Ja. Also, ja. Naja, so, wir nähern uns jetzt wieder der 1-Stunden-Markt beziehungsweise sind drüber hinweg. Was glaubst du, wer drauf geht? Ich glaube tatsächlich, dass der Thron am Ende zerstört wird. Also du glaubst keiner drauf? Ich glaube, dass das mit den sieben Königreichen am Ende überhaupt keine Rolle mehr spielt. Okay. Und dass das mit den White Walkern noch ein verlustreicher Kampf wird. Also, dass tatsächlich auch die Grenze irgendwie tiefer gezogen wird. Ja. Und, also, eine der beliebsten Theorien ist, dass sie eh einen Frieden mit den White Walkern schließen müssen, weil sie die nicht besiegen können. Ja, und da wäre ja der... Wie heißt der Tyrion? Ja. Wäre halt einfach der beste Kooperationspartner, der halt einfach reden kann. Ja. Und die anderen immer noch irgendwo so eine Ego-Grenze haben. Also, er hat die komplett abgegeben. Ja, also, eine der Theorien ist halt auch, dass Jon Snow quasi dann in den Norden muss, als neuer König der White Walker. Dass das die Bedingung ist. Dass er zum White Walker gemacht wird. Naja, aber dann hat der andere quasi seinen Bruder auf der anderen Seite und weiß, da wird dann nie Krieg führen. Ja, also genau. Genau, dass das halt so der Frieden ist. Ja. Zwischen Menschen und Menschen und Natur und natürlich so eine Sache, die halt echt tatsächlich mal geklärt werden muss in Westeros, ohne die halt nichts anderes laufen kann, sind diese unregelmäßigen Jahreszeiten. Achso. Jahreszeiten? Nein, die Jahreszeiten. Der Winter kann ja mal 20 Jahre dauern. Das ist ja echt doof. Ja, das ist halt alles nicht. Ich bin dir dann gerade bei Amazon einen neuen Bikini gekauft, dass du denkst, oh, immer nur. Super, ich bin 60, wenn ich den tragen kann. Ja, ich meine halt so ein langer Sommer, dann hast du halt irgendwie acht Jahre Dürre. Das ist halt für das ganze Land nicht cool. Aber gut, wie wollen die das regeln? Das können die ja nicht mit den White Walkern regeln. Aber es ist ja, es hat ja einen magischen Ursprung. Also die Frage ist halt, ziehen die mit dem Winter mit oder zieht der Winter mit ihnen mit? So. Und dann können die sich halt vielleicht wieder zum Pol zurückziehen, The Lands of Always Winter oder so. Und Essos scheint auch irgendwie verbunden zu sein darüber. Das ist halt die Frage. Ja, aber ich glaube dann nicht, dass das eine Rolle spielt, wer am Ende auf dem Eisernen Thron sitzt, sondern eher, dass das ganze Ding eingeschmolzen wird von Drachenfeuer. Ja. Dirk, irgendwelche? Tyrion sagst du? Ja, ich habe Tyrion gesagt. Du musst sie gerade an den Merchandise, im Merchandise-Produkt denken, was ich sehr lustig fand, so ein Aufsatz-Chassis fürs Klo. Und zwar den eisernen Thron. Ah. Habe ich halt gesehen, da gibt es einen Überzug für den Klodeckel und der Rest ist komplett zum Rüberstülpen von einem Standardgrößen und blablabla. Was ich sehr lustig fand. Zumal man einfach schon vorher gesagt hat, gerne mal, ich gehe auf den Thron und wenn er dann halt einfach diesen Thron von Westeros oder wie der heißt, das ist schon gut. Ja, finde ich irgendwie jetzt lustig. Übrigens, also inzwischen weiß man das sehr oft, weil es noch so ein Goof aus der ersten Staffel ist, im eisernen Thron steckt unter anderem das Schwert von Gandalf. What? Ja. Sie haben jetzt so ein paar Achso, okay. Die haben jetzt als Genau, haben Replika von dem Gandalf. Genau, und noch so ein paar andere, etwas bekanntere Schwerter sind da irgendwie drin. Conan! Das weiß ich, ich weiß nicht, ob das zu mal kann. Weil das auch so ein Klischee-Schwert, was sehr symmetrisch ist, was sehr gut da so reinpasst. Ja, also das von Gandalf, Glamdring, der Feindhammer, ist da halt mit eingeschmiedet. Aber nicht dieses kleine Ding von Frodo. Nee, Stich. Ja, Stich stimmt. Sting, ja. Gut, dann hätten wir das geklärt. Dann, liebe Freunde, Valar Morgulis. Ja, und immer schön die Zähne putzen. Und ihr Valar, unser Morgulis auf YouTube oder Stitcher. Was war Valar Morgulis noch mal? Jedermann muss sterben. Ach, du meine Güte. Darauf antworten wir mit Valar do Herres, Jedermann muss dienen. Klingt ja nach guter Laune. Gute Laune. Ja, Sarah, nicht hier. La la la. Ihr erreicht uns auf Podcasts, Apps oder für YouTube. Mit Nüssen. Für Nüsse at gmail.com Hört auf den alten Mann, der hier vom Stuhl fällt. Ich hab mich nur gerenkt. At für Nüsse Pod auf Twitter. Juhu. Und damit, bis dann. Tschüss. Tschüss.